Ja ihr Lieben, wir machen einen kleinen Sonntagsausflug, zwei Kilometer außerhalb vom Görlitz, und zwar am Berzdorfer See. Adam hat eine Bombenaussicht. Wir schauen den Sonnenuntergang zu. Wir haben sechs Grad draußen, hier drin 20. Und bei uns gibt es jetzt eine schöne Suppe. Mal sehen, was es gibt. Was die Anna macht. Beim Tommi gibt es Klobiswurst. Wir essen eine schöne Pilzsuppe. Die Anna ist ganz fasziniert von diesem Himmel heute. Also vom Winter hat das gar nichts. Erst recht nichts für Weihnachten. Guck mal wie viele Leute hier sind. Sieht man jetzt schlecht. Die Scheibe ist dreckig. Tommi, was sagst du? Nicht. Für Sonntag. Naja. Wir lassen uns die Suppe schmecken. Vielleicht noch ein Glühwein hinterher. Ach ne, ich muss ja fahren. Schade. Wir müssten eigentlich gleich hier schlafen. So ein Himmel heute. Und der Tommi, was sagst du? Der sitzt bei 20 Grad mit Jacke hier drin. Nicht schlecht, nicht. naja. Nicht schlecht. Naja. Vielen Dank. Vielen Dank.